Ich geh jetzt noch mal hier hin und lass mir da nen Tipp geben, aber es kann ja auch nicht sein, wenn ich jetzt zu dumm für dieses Spiel. Ja, schön, ich möchte hier hin. Ja, ich möchte hier hin. Ey, Quiek. Also, ach so, andersrum. Heißt, unser Eats kommt hier lang. Also, Eats läuft hier so hoch. Und dann kommt da so ein böser... was auch immer. Können wir den damit abschießen? Nein. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Aber wir können auf jeden Fall irgendwas da reinpacken. Was können wir denn da reinpacken? Wir können entweder das reinpacken oder das reinpacken. Wir können aber da nichts sprengen, was mich sehr verwirrt. Ich mein, die Frage ist ja, wie hat der dann Auswirkungen auf irgendwas? Ach so, ich glaub, wir tun dann so, dass der Wagen dann hier so rumfährt und dann, fack, können wir den ja da auswerfen. Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass dieser hässliche Hässling da weg ist. Das wird jetzt ein Problem. Ne, ne, das macht so keinen Sinn. Das heißt, das würde eigentlich hier nur Sinn machen. Aber da mag ich entgegnen. Hä? Ängstlicher Mini-Marshmallow. Was haben wir da? Da haben wir bis jetzt noch nichts drin, gell? Aber da soll ja Eats rein. Also verstehe ich das nicht, was das mit diesem Marshmallows auf sich hat. Das heißt, wir müssen eigentlich ihn hier ablenken. Aber wozu sind diese Richtungsteile? Ich mein, die haben ja nur eine Auswirkung auf den Fallen hier. Und das kann dann nur sowas sein. Ah ja. Das macht ja dann sogar Sinn. Dann ist das, glaube ich, trotzdem so. Weil Eats muss ja in dem Wagen sein. Nein, wir haben ja hierfür einen Wagen. Also ist das auf jeden Fall schon mal so. Äh, ich mach mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Da sind wir zurück. Und mir hat natürlich keiner gesagt, dass ein ängstlicher Marshmallow Eats so leise bringt, dass er nicht mehr gehört wird. Also das ist ja echt fies. Aber wenn ich das gewusst hätte, dann wäre das hier alles ganz anders gelaufen. So. Ach, der ist jetzt da draußen. Hä, warum? Wie zum Geier. Ähm. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht. Ich versuch's einfach mal ohne. Also jetzt, das ist ja echt mies. Warum sagen die einem sowas nicht? Oder ich hab's natürlich wahrscheinlich wieder überlesen in meine Hast. So, der Cursor ist schon auf dem Wald. Und der gute Eats ist da jetzt drin. Ah. Also da weiß ich noch nicht, wie ich den da rausbekomme. Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht muss ich den da irgendwie so schräg kriegen. Wenn er dann so schräg ist, dann muss ich ganz schnell... Ja, das probier ich doch gleich mal aus. Dilulululululululululululululululululululul. Und wenn's hier mal ein bisschen schneller geht, weil... dauert ein bisschen lange. Ja! Knääääack! Nochmal kommt. Also das hat ja jetzt fast geklappt. Noch ein bisschen schneller. Mann, mach ich da irgendwas falsch? Das gibt's doch nicht. Oder muss der an dieser Stelle sein, dass der da auch schön rausfällt? Und warum kann man die Zeit nicht schneller vorspulen? Ich werde hier jetzt langsam aggressiv. Das gibt's doch nicht. Wie soll das denn sonst gehen? Wie soll der denn da bitte schön hochspulen? Also, das ist mir jetzt immer noch eine Rüssel. Und ich mach das jetzt mal so. Oh. Oder so. Oder. Oder so. Oh. Also, ich glaub, das ist hier ein Bug. Oder ich bin einfach nur doof. Kann natürlich auch sein. Das glaub ich sogar noch mehr. Also, ich mach das mal so. Also, jetzt. Mann. Also, an der Stelle mach ich jetzt mal ganz langsam. Um auch hier schön zu gucken. Damit da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Wow. Ist das langsam. Hey, das hat hier überhaupt nichts gebracht. Der stößt da einfach an Also der muss hier irgendwie raus Aber das ist Versteh ich nicht Warum muss der denn da raus Aber jetzt Aber jetzt Ich mach nochmal ne ganz kurze Aufnahmepause Das kann ja nicht sein, meine Güte So Also ich versuch's jetzt nochmal Das gibt's doch einfach nicht Und notfalls kürz ich da was Das ist ja schlimm In meinem Testgrad eben Hat's funktioniert Und da hab ich natürlich nicht aufgenommen Das ist ja immer so Kennt man ja Und ich hab auch das Gefühl Dass es langweilig wird Wenn mir hier dauernd Sachen vorenthalten Das Spiel ist echt gemein Jetzt bleibt doch mal da oben Los Oh Gott Zeitlupe Power baby So jetzt versuchen wir das doch nochmal Also Wieder ganz schnell Und äh Was hab ich denn das nochmal gerade rausgefunden Ach da ist ja gar kein Maschumisch dabei Das heißt Ich hab gedacht Da könnte jetzt wieder Die Lösung des Problems liegen Aber wir machen mal das ganz schwere B синva Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.